Servus lieber Paul, hallo lieber Martin, grüß dich lieber Michael. Ich hoffe es geht euch gut auf eurem 550 Kilometer langen Trip von Graz nach Vorarlberg. Ich finde die Aktion wirklich Weltklasse, muss ich ganz ehrlich sagen und möchte euch alle Kraft und alle Ausdauer schicken. Ihr habt es wahrscheinlich eh, bevor ihr euch auf den Weg gemacht habt, einige gute Ratschläge bekommen, so der Weg ist das Ziel und so weiter. Wobei, das muss man auch ein bisschen hinterfragen, weil wenn der Weg das Ziel wäre, dann müsste man ja, wenn man stehen bleibt, eigentlich angekommen sein. Also kann man auch ein bisschen hinterfragen. Wie gesagt, ich finde eure Aktion höchst ehrenwert und unterstützenswert und finde es super, dass ihr denjenigen, die in der Regierung nicht so bewandert sind mit Planbarkeit und Kultur und so. Dass ihr Kulturverliebte, wie wir ja alle sind, das sozusagen ein bisschen bildlich darstellt und auf unsere Situation mit dieser Wanderung aufmerksam macht. Und diese 550 Kilometer von Graz nach Vorarlberg. Zu Fuß geht's. Ich wünsche euch alles, alles Gute, gutes Wetter, gutes Schuhwerk und hoffe, dass ihr am 23. April gut in Vorarlberg ankommt und dort in der Wirtschaft einen fulminanten Abend erleben werdet. Auf das wir bald wieder unser Publikum bespielen dürfen. Ich drücke euch die Daumen. Alles Gute. Ciao. Euer Alex. Baba.